Vor 34 Tagen habe ich zwei AK-47 Stecklinge in ein Do-it-yourself-Docht-System in eine Eurobox gesetzt. 15 Kunstfaser-Dochte ziehen Wasser aus einem Tank nach oben und versorgen die Pflanzen über Kapillarkraft mit Feuchtigkeit. Das letzte Mal von Hand gegossen habe ich vor 30 Tagen. Seitdem fülle ich nur noch den Tank nach. Das Ziel, ein wartungsarmes System testen, das möglichst stabil läuft, auch wenn nicht alles perfekt ist. In diesem Video zeige ich euch den aktuellen Stand, was funktioniert, wo es Probleme gab und wie sich das System entwickelt hat. Falls ihr den ersten Teil noch nicht kennt, verlinke ich ihn hier oben. Schaut ihn euch am besten zuerst an. Vorher aber noch ein kurzer Blick auf die Kommentare und Fragen aus dem letzten Video. Mehrfach wurde mir geraten, einen Sprudelstein zu verwenden, um pH-Probleme zu vermeiden. Ich habe darauf bewusst verzichtet, weil ich das System zunächst im Minimalansatz testen wollte, um herauszufinden, ob ein Sprudler überhaupt nötig ist. Ein Teil der Kommentare drehte sich um die Saugfähigkeit der Kunststofftochter. Manche meinten, sie seien zu wenig saugfähig, andere fanden, es wären zu viele Tochter und damit zu viel Feuchtigkeit. Wie feucht das Substrat wirklich ist, habe ich mit einem Spider-Farmer Bodensensor beobachtet. Direkt nach dem ersten Gießen lag der Feuchtigkeitswert bei 25,5%. Danach pendelte er sich konstant zwischen 24,6 und 24,2% ein. Gegen Ende des Stretches fiel der Wert auf etwa 22%. Daraus ziehe ich zwei Schlüsse. Erstens, selbst wenn die absoluten Werte nicht perfekt stimmen sollten, der Sensor zeigt stabil konstante Werte über die Zeit. Zweitens, die Feuchtigkeit im Substrat sinkt leicht, sobald der Wasserbedarf der Pflanzen steigt. Spider-Farmer bietet jetzt zwar endlich historische Daten für alle Sensoren an, aber in meinem Fall gibt es so viele Lücken in der Aufzeichnung, dass die Diagramme leider wenig brauchbar sind. Seit dem Umtopfen von den AirPods in die Eurobox habe ich die Umluft komplett abgeschaltet. Durch stehende Luft wird die Blattoberfläche weniger stark abgekühlt. In der Wachstumsphase halte ich das Schimmelrisiko für gering. In der Blüte wird natürlich wieder aktiv belüftet, um Grauschimmel zu vermeiden. Der Tank wurde während der Aufnahmen zu diesem Video zum ersten Mal gereinigt. Ein schleimiger Biofilm war nicht spürbar. Allerdings gab es einige Schwebstoffe und Ablagerungen, die ihr später noch seht. Das restliche Wasser habe ich alle paar Tage abgepumpt, pH und EC-Werte überprüft und den Tank jeweils mit etwa 10 Litern frischer Nählösung neu befüllt. Um Nählösungen schnell und zuverlässig anzusetzen, habe ich einen eigenen Düngerrührer für den Akkuschrauber entwickelt. Den und weitere praktische Teile sowie ausgewählte Vaporizer findet ihr jetzt in meinem Shop. Jede Bestellung unterstützt den Kanal und sorgt dafür, dass ich unabhängig bleibe und keine Werbegeschenke schönreden muss. Danke an alle, die das möglich machen. Mit jedem Wasserwechsel habe ich den EC-Wert leicht gesteigert und gleichzeitig den pH-Wert langsam abgesenkt. Zu Beginn waren im Substrat noch viele Nährstoffe vorhanden und keine Wurzeln im Tank. Im Laufe der Zeit hat sich das System von einem klassischen Erdgrow zu einer Mischform entwickelt, zwischen Erde und Grad-GDWC. Alle Details zur Nährstoffstrategie und den Dosierungen werde ich in einem eigenen Video zusammenfassen, sobald das Experiment abgeschlossen ist. Triggerwarnung an Entlaubungsfreunde Bevor wir gleich zu den Pflanzen kommen, eine kleine Triggerwarnung an alle Fans der gepflegten Entlaubung. Bis auf ein paar untere Triebe habe ich bisher nichts entfernt, die Pflanzen durften komplett frei wuchern. Einer der Gründe? Ich hatte schon begonnen, eine zusätzliche Under-Canopy-Beleuchtung zu planen, bevor ich dann das Experiment auf dem Kanal Chili-Welden gesehen habe. Dort lief es allerdings nicht wie erhofft. Deshalb bin ich aktuell etwas skeptisch, ob es wirklich sinnvoll ist. Die Teile für die Zusatzbeleuchtung habe ich aber bereits hier. Und eine Verwendung dafür wird mir sicher noch einfallen. Wenn ihr Lust auf weitere Do-it-yourself-Projekte habt, bleibt auf jeden Fall dran. Das Chili-Welden-Video habe ich euch unten in der Beschreibung verlinkt. Mein Ziel war es außerdem, die Fläche im Zelt vollständig zu schließen, damit möglichst kein Licht mehr auf den Boden fällt, wie ich es bereits im Video zu den Stromkosten erklärt habe. Frage an euch. Wie viele Blätter und Triebe würdet ihr entfernen oder würdet ihr sie weiter wachsen lassen? Schreibt es mir in die Kommentare, ich bin gespannt auf eure Meinungen. Während meines Urlaubs habe ich noch ein kleines Zusatzexperiment zur Dochtbewässerung gestartet. Beim Paket für die großen Dochte war auch dünneres Material zum Testen dabei. Kurz vor der Abfahrt habe ich einfach ein paar Stücke davon abgeschnitten, Muttern daran geknotet und sie auf die Substratoberfläche gelegt. Zur Sicherheit stand das Ganze in einem großen Untersetzer mit einem möglichst kleinen Wasserbehälter als Tank. Nach meiner Rückkehr war der komplette Wasserbehälter leer. Die dünnen Dochte hatten alles hochgezogen und die Pflanzen deutlich überwässert, was man gut an den Blättern erkennen konnte. Trotzdem denke ich, dass mit der richtigen Höhenanpassung zwischen Wasserstand und Topf sowie einer gezielten Reduzierung der Dochtstärke eine sehr einfache Bewässerungslösung möglich ist. Und falls sich jemand fragt, warum die Pflanzen in durchsichtigen Töpfen stehen, ich habe irgendwo gehört, dass das nicht funktionieren würde. Also habe ich es einfach ausprobiert. Die Wochen. Jetzt kommen wir zu den wirklich spannenden Dingen, den Pflanzen selbst. Ich zeige euch die Entwicklung der nächsten vier Wochen jeweils mit etwa einer Woche Abstand. Letzter Stand vor Urlaubsbeginn. Hier seht ihr den letzten Stand vom 8.04. wie im ersten Video gezeigt. Theoretisch hätte ich hier schon auf Blüte umstellen können, aber ich wollte damit warten, bis ich wieder zurück bin. Woche 1. Neun Tage später, am 18.04. war das Zelt schon ziemlich voll. Trotz gedimmten Licht auf etwa 200 Mikromoll, um das Wachstum während des Urlaubs zu bremsen. Die Pflanzen sahen kräftig aus. Saftiges Grün, große Blätter, keine Probleme. Ab diesem Zeitpunkt begannen auch die Wurzeln, sich im Inneren der Dochte Richtung Tank auszubreiten. An diesem Tag habe ich auf 12.12 Beleuchtung umgestellt und die Blüte eingeleitet. Woche 2. 24.04. Sechs Tage später war im Zelt schon ein kleines Dickicht. Das Wachstum war gleichmäßig, die Pflanzen wirkten weiterhin gesund und vital. Besondere Eingriffe habe ich in dieser Phase noch nicht vorgenommen. Ich wollte sehen, wie stark sie sich noch ausdehnen würden. Woche 3. Eine Woche später, am 2.05. war der Stretch deutlich sichtbar. Ich habe bereits ein erstes Netz installiert und angefangen, überstehende Triebe einzuflechten. Allerdings habe ich es die folgenden Tage etwas verpennt. Die Triebe sind weitergewachsen, die Stiele wurden dicker. Und ich wollte nicht riskieren, sie beim nachträglichen Flechten abzubrechen. Deshalb habe ich entschieden, erstmal nichts weiter zu unternehmen und abzuwarten, ob sie rechtzeitig stoppen. Falls nicht, plane ich den Einsatz eines zweiten Netzes. Inzwischen hatten die Wurzeln die Dochte komplett gekabert und sich im Tank breit gemacht. Erste Ablagerungen wurden sichtbar. Woche 4. Vier Tage später, am 18. Tag der Blüte, hatte der Stretch noch immer nicht ganz aufgehört. Die Blütenansätze waren jetzt gut erkennbar, aber langsam wurde der Platz im Zelt knapp. Trotz des außenliegenden Aktivkohlefilters, wie ich im verlinkten Video bereits gezeigt habe. Um die Fläche gleichmäßiger zu gestalten, habe ich einzelne hochgewachsene Triebe mit Blumendraht vorsichtig heruntergebunden. Zusätzlich habe ich ein paar der untersten kleinen Triebe entfernt, um die Luftzirkulation zu verbessern. Das war trotz der geringen Menge immerhin ein halber Papierkorb voll. Bis jetzt läuft im Zelt noch keine Umluft. Das wird sich aber bald ändern, um Schimmelrisiken zu vermeiden. Weil die Wurzeln mittlerweile massiv im Tank gewachsen sind, habe ich einen Tag später einen Sprudler hinzugefügt, um die Sauerstoffversorgung im Wasser zu verbessern. Wäre es schade, wenn die Pflanzen jetzt durch stehendes Wasser Probleme bekämen. Mein Zwischenfazit. Bis jetzt läuft das Docht-System überraschend gut. Wenn die Pflanzen nach über 30 Tagen weder Anzeichen von Überwässerung noch Austrocknung zeigen, schätze ich die Gefahr größerer Probleme als relativ gering ein. Aber sicherer ist natürlich noch nichts. Besonders auffällig? Seit sie in der Kiste stehen, hatte ich kein einziges Mal auch nur leicht hängende Blätter. Der Turgurt-Druck ist durchgängig gut. Die Blätter stehen leicht aufrecht. Ein klares Zeichen für eine stabile Wasserversorgung und Vitalität. In früheren Durchläufen hatte ich bei dieser Genetik ungefähr zu diesem Zeitpunkt erste Anzeichen von Magnesiumange, trotz zusätzlicher Gabe. Ich bin gespannt, wie es dieses Mal läuft und ob noch andere Probleme auftreten werden. Frage an die Zuschauer. Was würdet ihr jetzt machen? Würdet ihr ordentlich beschneiden, an der Kenobi-Beleuchtung ausprobieren oder vielleicht beides kombinieren? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Ideen und Erfahrungen. Wenn ihr sehen wollt, wie sich die Pflanzen weiterentwickeln, ob das Docht-System langfristig stabil bleibt und welche Optimierungen noch nötig sind, abonniert den Kanal und bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.